Mir zugeschaltet ist Oliver Luxic, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, und zwar aus Saarbrücken. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Schönen guten Tag, Frau Borken. Wie schwer wiegt diese Niederlage heute für die CSU? Das ist eine herbe Niederlage für die CSU, vor allem auch für Verkehrsminister Scheuer. Das ist ja eine sehr alte Debatte, die noch weiter zurückgeht. Schon in der schwarz-gelben Bundesregierung wollte Peter Ramsauer dies einführen. Die FDP hat aus genau den eben genannten Gründen dies verhindert. Die SPD und auch Frau Merkel haben leider ihr Wort gebrochen. Deswegen wurde das Ganze dann doch auf den Weg gebracht. Eigentlich eine Idee aus dem bayerischen Bierzelt, die dann den Weg in das Bundesgesetzblatt gefunden hat, die zum Glück dann in Brüssel und jetzt auch durch den EuGH letzten Endes gestoppt wurde. Sie begrüßen das Urteil des EuGH, das soll ich daraus. Trotzdem war es ja am Ende doch eine Überraschung für viele. Ein Gutachten des Generalanwalts hatte eine andere, sehr eindeutige Empfehlung gegeben. Hat dann dieser Gutachter, der ja anderer Meinung war als Sie, keine Ahnung gehabt? Die Meinung der EU-Kommission und auch des Gutachters muss in der Tat hinterfragt werden. Bevor das Ganze nach Brüssel ging, gab es eigentlich einstimmig, einhellig eine Kritik, weil die CSU ja immer gesagt hat, es geht hier um eine Ausländermaut. Also die deutschen Autofahrer sollen 100 Prozent eine Kompensation erhalten und nur die ausländischen Fahrer sollen bezahlen. Da war eigentlich die fast einhellige Meinung aller Juristen, dass dies nicht europarechtskonform sein kann. Deswegen hat ja auch die FDP und andere Oppositionsparteien dies abgelehnt. Und am Schluss hat ja, glaube ich, der Bundesverkehrsminister, auch die gesamte Bundesregierung in Brüssel, Druck gemacht, auch bei Herrn Juncker, um das Ganze bei der EU-Kommission durchzubekommen. Ich begrüße ausdrücklich, dass der Europäische Gerichtshof hier klar entschieden hat, dass der europäische Binnenmarkt Vorrang hat, dass ausländische Autofahrer nicht einseitig belastet werden können. Ich glaube, es ist am Schluss auch eine gute Entscheidung für die Grenzregion und vor allem auch für die deutschen Autofahrer. Österreich hatte ja geklagt gegen die Maut, erhebt aber selber Mautgebühren für Touristen, die damit dann zum Beispiel den Straßenbau des Landes finanzieren. Ist es denn eigentlich in Ordnung, gegen andere Länder zu klagen, die das dann ebenso einführen wollen? Wenn Deutsche nach Österreich fahren, dann brauchen die ja auch eine Vignette und sorgen als Ausländer dafür, dass ein anderer Staat seinen Aufgaben besser nachkommen kann. Der Unterschied ist ja eben, dass in Österreich alle Autofahrer zur Kasse gebeten wurden. Das war ja gerade der Unterschied zur deutschen Maut. Also eine Maut nach österreichischem Modell wäre ja auch europarechtskonform gewesen. Die Bundesregierung und hier vor allem die CSU hat ja extra auf eine Ausländermaut beharrt, also darauf, dass am Schluss nur die Ausländer zahlen sollen. Also insofern ist das Vorgehen von Österreich absolut gerechtfertigt. Wir haben das auch vorhergesagt. Und ich habe auch schon in der Koalition mit Herrn Ramsor hat mal darauf hingewiesen, dass es meiner Meinung nach europarechtswidrig ist, nur Ausländer zu belasten. Ich begrüße ausdrücklich, das ist auch ein Sieg für den europäischen Binnenmarkt, dass der Europäische Gerichtshof heute so entschieden hat. Jetzt bleiben eine Reihe an Fragen offen. Das Ganze hat bisher 142 Millionen Euro gekostet. Also ein sehr teures Prestigeprojekt, was die CSU mit Gewalt durchsetzen wollte. Ich begrüße, dass der Europäische Gerichtshof hier einen Riegel vorgeschoben hat. Die Maut ist vom Tisch, hat Verkehrsminister Scheuer gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Die Straßen sind ja nach wie vor marode. Was kann Deutschland, was kann die Bundesregierung jetzt tun? Also erstmal ist es notwendig, dass die gesamte Bundesregierung, auch Frau Merkel, das endgültig vom Tisch nimmt. Herr Scheuer hat gesagt, in dieser Form sei es vom Tisch. Also noch keine endgültige Absage. Und ich erwarte, dass Verkehrsminister Scheuer nächste Woche in den Verkehrsausschuss kommt und dort eine Rechnung vorlegt. Also nicht nur darlegt, was bisher in Kosten entstanden ist. Es wird ja noch hinzukommen, dass durch die voreilige Vergabe, vor der wir auch gewarnt haben, an ein Konsortium aus Kapsch und Eventim, weitere Kosten auf den Steuerzahler auf den Bund zukommen, weil es hier mit Sicherheit zu Schadensersatzansprüchen kommen wird. Deswegen muss Herr Scheuer jetzt sofort aufklären, dem Deutschen Bundestag die Verträge vorlegen. Bisher gibt es hier keine Ansicht. Und verhindern, dass hier noch weitere Kosten entstehen. Hier muss also aufgeklärt werden. Er muss das Projekt auch jetzt wirklich beenden. Eben hörte das sich noch nicht so an. Herr Luxwitsch, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank.